Yes, Baby! Junge, und ihr macht Vollbremsung wegen dem Spotlight und dann knallt da so ein Ding rein! Willkommen zu einer neuen Folge Angel mit Ziel. Wir sind heute wieder am Wasser und hatten einen richtig schönen Buddy-Tag. Der Joachim ist wieder dabei, den kennt ihr aus dem einen oder anderen Video. Und wir haben den Victor dabei. Das ist ein Kumpel, den wir aus der Wotzk App-Gruppe von Angel mit Ziel kennengelernt haben. Und wir haben heute einen richtig schönen Buddy-Tag gehabt. Das heißt, wir sind planlos unterwegs gewesen, haben vorher schön ausgeschlafen und haben die ein oder andere Knallerüberraschung in den kleinen Pissgraben erlebt. Aber worum es sich handelt und welche Überraschung wir überlebt haben, das seht ihr in dem Film. So, da ich jetzt weiß, dass hier so kleine stehen und nichts anderes beiß, brauche ich mich auch nicht weiter aufhalten, weil ich würde es gerne ein bisschen größer haben. Also jetzt egal, ob Hecht, Barsch, Tander. Aber wenn die kleinen hier stehen, dann steht selten was Großes dabei. Aber so geht es weiter. Jetzt ist es viel schnell. Er ist reingefallen. Ja, ich auch. Oh nein, ich hatte auch einen guten Hau. Das ist besser, das glaube ich nicht. Was habe ich denn drauf gehabt? Fühlt sich ja ein wenig verbar. Keine Ehe. Nee, aber meiner geht auch direkt nach dir. Schlimm. Ja, das ist schön. Wir haben so ein bisschen aufgeräumt. Das ist der Krupp-Förner. Das ist der Krupp-Förner. Ja, da geht auch ohne. Abwarten, dann kann man auch verlieren. Oh ja, mach mich ruhig nass. Boah, Alter! Der ist gallig, der ist gallig. Er klappt nicht mehr ein, du unten. Da musst du richtig einklappen. Der ist noch dran, oder? Nein. Doch, der ist noch dran. Der ist noch dran. Der ist noch dran. Der ist noch dran. Was? Junge, der kann. Alter, wieso ist der so stark? Der hängt dann auch. Komm mal her damit jetzt. Vorsicht, Vorsicht! Nicht in die Kante rein. Das kannst du keinem erzählen. Joachim, du brauchst den Kesham zusammen. Ich mein, ich krieg den auch super aus. Der funktioniert nicht. Hier. Der Wolf. Das darfst du keinem erzählen. Hier mach mal deinen Rollpügel auf, du hast gleich keine Hütte mehr. Wie kann der kleine Furz so kräftig sein? Er legt sich aufs Maul. Ich hab mich nicht aufs Maul gelegt, ich hab mich hingeworfen. Mit Absicht. Ja, ist klar. Das war Frust, ja klar. Er dachte vorher schon, der wäre aus. Ich dachte, der wäre aus. Nein, du hast das nicht gesehen. Du hast da hingeworfen? Jaaa. Oh, bist du verklebt. Ich dachte, der wäre aus. Fisch. Fisch. Das läuft heute. Das läuft heute. Wenn wir eine Plague Pack & Punch Show haben wollen. Also wir haben uns jetzt alle hingelegt. Inklusive der Fische. Das ist so, liebe Leute. Wie ihr schon merkt, wir nehmen das heute alles mal nicht so ein bisschen so ernst. Weil das ist ein bisschen katastrophal. Der Kollege hat gelegen. Der Hecht ist mir aufs Hände geglitten. Der Kescher ist im Eimer, den wir dabei haben. Also es läuft sehr gut, wenn man eine Pleiten Pech & Punch Show macht. Aber das macht keinen Spaß. Weil davon haben wir echt mega viel Spaß. Sogar Joachim hat sich fast den Schneider. Der hatte so einen großen Barstrand. Und das Lustige ist, ich hatte auch noch gleichzeitig mit dem Fisch dran. Während er ein Hecht drauf kriegt. Und wir haben auf derselben Höhe geworfen. Das ist ein bisschen skurril. Aber direkt ausgestiegen. Und dann, während er seinen gerade verarztet hat, habe ich dann noch einen Wurf gemacht. Und hat dann auch einen schönen Barstrand. Und nett. Jetzt hoffen wir mal, dass der Tag so weiter läuft. Zumindest was der Spaß angeht. Und vielleicht kriegen wir auch noch den ein oder anderen Fisch. Aber ich glaube, Spaß haben wir heute. Darauf kommt es an, ne? Klöten, Willi? Was sagst du? Spaß. Spaß. Hast du? Hast du? Hast du. Vor allen Dingen. Na gut, nach der Nummer. Vor allen Dingen, er hat jetzt seinen Triple erreicht, ne? Er hat Hecht, Zander, Barsch. Ich glaube, den Zander und den Barsch haben die nicht auf Kamera, ne? Ne. Das war bevor der Kameramann da war. Und jetzt hat er noch einen Hecht, der fehlt uns als einziger Fisch heute. Ja. Ich habe auch noch ein paar kleine Barsche, nichts Besonderes. Joachim hat gute Stimmung, auch nichts Besonderes. Und jetzt angeln wir weiter. Hier, da ist Joachim. Oh hoin. Oh hoin. Ja. Die Fänger. Besser ist das geflitzt. Ich bin sehr super. Aber ich muss sagen, Stockfische gehen auch immer. Die sind auch nicht so schlecht. Ja, manche taugen richtig, ne? Manchmal hat man auch das Gefühl, dass sie sich bewegen. So ein schönes Zittern in der Spitze. Also gut, aber ich sage mal, so ein 15-Ende oder so was, das ist schon was, wenn du den der erstmal rausgedreht hast. Dann sitzt du ein bisschen dran. Also das ist nicht so einfach. Und Dennis, was war das da, den Dave? Ist der Ernst? Ja. Ich habe ja den Victor dabei. Ich wollte dir mal zeigen, wie gut ich unter den Brücken werfen kann. Ich habe gedacht, komm, hier, das zeige ich Ihnen jetzt mal. Da hast du mich abgelenkt. Ich brauche das eine Teil vom Snap und werfe das weg. Das brauche ich nicht in meiner Tasche suchen. Das ist frei auf. Wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte Victor zeigen, wie gut ich werfen kann. So ein bisschen. Hey, genau. Ich wollte Beine fressen, nur klöten hier unterwegs. Und ich steige direkt auf einen. Ich wollte nur mal zeigen, wie gut ich werfe. Aber nun auch, so alles gut. So, ich wollte nur mal zeigen, wie gut ich werfen kann. Und da ich dann natürlich den Dicken markiere und dann direkt, ja, jetzt zeige ich dir das. Mein erster Wurf. Aber bin ich auf die Idee gekommen, dass ich vielleicht den Schnurrbügel umklappen sollte. Und dann habe ich natürlich volles mehr draufgezogen. Moral von der Geschichte. Die Schnur hält das nicht. Mir ist dasselbe wieder passiert. Nacheinander. Das Problem ist, das war mein letztes richtig gutes Stahl. Wie kann ich denn zweimal mit geschlossenen Dings rumwerfen? Würdest du mich verarschen? Wie kann ich das hin? Oh fuck. Fuck. Ja, der Biss war gar nichts, aber das Gewicht, Alter, lädt mir am Arsch auf, lädt mir die Klöpeneier. Die anderen beiden haben gerade bei den Hänger, bei mir hing gerade ganz kurz einer, aber der ist ausgestiegen, war echt. Gewicht war gut, ich glaube, den Biss hat sogar Niklas drauf, unsere Kamerafrau. Kommst du mir? Zu mir. Ja, der ist jetzt aber Bombe. Wo hast du den noch reingeklärt, den Kneipp? Keine Ahnung. Ich habe heute noch geprahlt, dass ich beim letzten Mal nicht einen Abriss hatte, aber... Ja, da kann ich dir heute nie davon sehen, von Abrissen, da kenne ich mich wieder aus. Zwei Abrisse beim Werfen, weil ich den Bügel nicht zugemacht habe, die Klöpete. Ja, komm, abreißen darfst du selber. Ja, ich gebe dir gleich, du musst aufpassen, du bin in der Kamera nicht so... Oh, komm hier wieder her und nimm deine scheiß Rute da weg, Harry Yasses, weil du schon deine Schnur in meine Kurbel rein drehst, Alter. Ich raste aus. Du hast eine Schnur in deine Kurbel rein getriegt. Ja, weil du deine Schnur in meine Kurbel hast reinfliegen lassen, bist du dann... Alter, so blöd kannst du doch nicht sein. Und dann guck mal, deine Rute, die fliegt dir gleich rum. Ja, dann freu doch auch. Mein Gott, wie kriegt man das hin? Ja, das frage ich mich ja auch. Hast du da ein Studium für gemacht oder was? Ich glaube, ich... Ich... Lach dich ruhig ein. Ist ja nur meine Rolle. Meine Schnur. Blöden will ich, ey. Lach nicht. Schweine lachen auch nicht. Hier hängt der Scheiß jetzt hinterher. So, bitte sehr. Dankeschön. Was ist jetzt deine Schnur? Ich weiß es nicht. Ich will dich hoffen. Warum hab ich denn jetzt einen Hänger? Mann! Nee, ich hab deine Schnur. Nee, ist meine. Nee. Das ist... Du... Das ist nicht wahr. Ich hab ja... Alter! Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ist meiner jetzt die Hose? Nee. Nee, der hängt hier drin. Ich... Ich mach mich drüber lustig, dass die beiden Hänger haben. Da bin ich so freundlich. Ich sag, komm, mach das hier. Ich würd da nicht reinwerfen. Da haben wir grad zwei Hänger drin hängen. Ich glaub's nicht. Da hab ich noch nie einen Hänger gehabt in der Mitte. Was hab ich... Was hab ich für Knoten da drauf gemacht? Ich knote dir gleich deinen Hals zusammen. Und der Nächste wirft seine Rute da rein. Ich glaub, es hat... Was hängt denn deine Schnur hier? Was hängt da? Was soll das? Unglaublich hier mit denen zu angeln. Unglaublich. Guck dir die Jecken an. Mann, Mann, Mann. Da brauchst du Nerven hier bei der Runde. Was soll das jetzt werden? Ein Schnurrstopper oder was hier? Wie hast du mit dem Schnurrstopper hier drauf gemacht? Ich werd schwach, ey. Und wie kann das sein, dass ich jetzt hier so einen Klötenhänger hab? Der war doch grad nicht dran. Fehlten nur noch die Kerztabletten jetzt drauf wegen euch. Müll. Müll. Dankeschön. Ja, ich geb dir gleich Dankeschön. Um den Hals. So. Weg da. Geh da weg. Dann ist es gleich schon wieder in meiner Tasche. Du hängst gleich am Baum. Ich will dich nicht. Geh. Das ist nicht witzig, doch. Und dass ich ein Choleriker bin, ich meine, das kauft mir jetzt keiner mehr ab. Wir haben Spaß daran. Das ist einfach so. Absolut. Gut. Wenn ich ausraste, dann ist das auch Spaß. Heißt auch, manchmal ist das auch berechtigt. Manchmal. Bei deinem Klötenhals ist das immer berechtigt. Aber ich lass mich dann auch drauf ein. Das habt ihr ja gerade gemerkt. Ich war im Flow und dann gib ihm. Wenn ich mal so wenig so effektiv angeln würde, wie ich rundfluchen kann. Aber ich meine, so blöd kann man auch nicht sein, dass man die Schnur dann loslässt, während der andere im Kurbeln ist. Das kannst du nicht ausmalen. Ich kann's mal sehen. Ich kann nicht mal Knochen machen. Ich hab dich lieb, mein Freund. Guck dir das an. Der ist so abgerissen. Ja, du kannst nichts. Aber das kannst du gut. Man kennt mich ja dafür, ne? Lass ich keinen Meter zu weit laufen. Jetzt laufen wir den ganzen Weg entlang übers Feld, weil wir da so ein Wehr gesehen haben. Und dann stehe ich davor und denke, wie geil ist das Wehr. Hier muss es knallen, weil hier kein Mensch angeln wird. Mit Sicherheit hat hier kaum eine Sau geangelt. Es ist weit und breit die einzige Strömung. Und es beißt nichts an. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der Joachim, ne? Guck mal da hinten. Der hat gerade noch geknüpft. Der ist jetzt also auf dem Weg. Das heißt, der Weg, der war schon so scheiß und unheben. Und der muss jetzt den ganzen Weg herlaufen. Wir sind fertig, weil man merkt, hier geht nichts. Wir fahren jetzt auch, wir düsen wieder zurück. Aber wir warten, bis er hier ankommt. Dann kann er mit uns zurücklaufen. Und jetzt den Weg zurück. Ich bin so faul, das geht gar nicht. Wie er grinst. Mach mal was für deine Figur hier. Dann mach ich doch. Ich esse viel, damit ich so aussehe, wie ich jetzt aussehe. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Ich esse viel und lege viel rum. Letztens haben wir im Fitnessstudio angemeldet. Da fragten die mich so, und tun sie was? Ich so, ja. Was denn? Dafür rumsitzen. So, jetzt einmal bitte den zweiten Beat mit einspielen. Ich lasse gerne Drachen steigen. Das ist mein neues Hobby. Ich glaube, ich bin auch so ein Drache geworden, oder? Mhm. So lege ich mir das mit rechts vor. Schön. Ja, zwei. Perfekt. Yes, Baby. Junge, und ihr macht voll Bremsung wegen dem Spotlight und dann knallt er so ein Ding rein. Yes. Ja, 40er wieder. Yes. Habe ich dir nicht gesagt, wir kriegen heute 40er? Yes. Oh, der ist ja größer als ich dachte. Boah, Junge. Alter, was er wohl hat. Satan, guck dir das Gewässer mal an. Boah, hier. Alter. Ja, gerade so 45, ne? Was hast du denn? Was hast du denn? Auf den Marsch? Ne? Boah. Echt? 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 Ja. Kennen wir halt. Echt? Und was sagst du, ist der Graben noch zu klein? Geil? Stück über dem Wasser, da ist immer sehr viel Schatten und das ist natürlich eine richtig attraktive Stelle. Aber darunter zu werfen ist nicht ganz so leicht. Und wie das Ganze funktioniert, das habe ich gerade dem Joachim auch schon mal erklärt, der das auch wunderbar beherrscht, das zeige ich euch jetzt eben. Ganz wichtig, wenn ihr sowas machen wollt, bräuchte eine Route, die eigentlich einigermaßen relativ straff ist. Ich habe jetzt hier für mich die Bunky Aquilas, nehmt die Route, mit der ihr da Bock drauf habe, aber wichtig ist, die sollte einigermaßen straff sein und die Route da vorne nicht so wackeln, weil dann habt ihr keine Möglichkeit, mit diesen komplett geraden Würfe zu machen. So, das nächstwichtige ist, geht in die Knie. Macht die Russenhocke, so wie ich das mache, sieht vielleicht ein bisschen blöd aus, aber dadurch habt ihr die Möglichkeit, diesen geraden Winkel hinzubekommen und nicht im Stehen so runterzuwerfen. Das können die Baitcaster-Jungs vielleicht ganz gut, aber mit der Stationär kriegen wir das so am besten hin. Ich stelle mich jetzt so hier hin und dann mache ich erstmal ein bisschen so Trockenübungen. Das heißt, so ein leichtes Pendeln und so werfe ich dann auch. Ich pendel das Ganze. Das heißt, ich nehme das jetzt in die Hand, Ziel und da. Und ihr seht, der Köder platzt gerne mal drauf und dann seid ihr so eine ganze Brücke komplett drunter langgeworfen. Und jetzt könnt ihr da schön drunter lang faulenzen und ihr glaubt gar nicht, was da für wahre Räuber zu finden sind. Jetzt werden wir noch mal deine Rute dabei für Achi, ich habe noch Fisch dran. Ja, das ist der Klömer. Nein, ich bin nicht weg. Aber das hat die Größe. Muss nur auch mal meckern. Der zweite, ich bin da vorne auch gerade mal gesteuert. Petri Mignon. Ja Petri Dank, endlich entschneidert. Was heißt entschneidert, aber den ersten Fisch den ich heute gefangen habe, das war nicht wirklich was. Naja, jetzt mal schnell zurück mit dem Kleinen. Petri Meister. Dank. So, das war unser Film. Das war heute. Oh, ich will ein Eis. Sieht so geil aus. Ja, oder? Ich will auch so ein Eis. Wahnsinn, was war das heute für ein geiler Tag. Wir haben richtig knaller Überraschungen überlegt. Überlebt. Überlebt, ja auch überlebt. Gerade so, gerade so. Wahnsinn. 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 Was war das für ein geiler Tag heute. Wir haben richtig tolle Überraschungen. überlebt. überlebt. Nehmen wir mal. Wahnsinn. Wir haben richtig viele Überraschungen gehabt. überlebt. 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 Geiler Tag. Buddy Tag. Super. Ist klasse. Quatt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Unter. Hat kein Zweck. Überlebt. 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 Überlebt.